In Bezug auf das erste Wort hier, und schauen Sie nicht auf die Kamele, das Wort kann auch heißen auf den Regen. Schauen Sie nicht auf den Regen, wie er erschaffen wurde, und der Rest bleibt dann so stehen. Der Zusammenhang zwischen Regen, Himmel, Erde und Berge ist ja offensichtlich. Aber was ist der Zusammenhang hier, wenn man davon ausgeht, dass mit dem Begriff Ibil wirklich die Kamele gemeint sind? Was hat das Kamel verloren zwischen den Bergen, den Himmeln und der Erde? Also Himmel, den sieht jeder auf jedem Punkt der Erde. Die Erde umgibt dich, wo du auch bist. Berge sind in der Regel auch überall zu sehen. Warum wird ausgerechnet das Kamel in diesem Kontext erwähnt, wenn wir sagen, dass Ibil Kamel heißt. Ibn Adil zitiert, dass das zwei Gründe haben kann. Der eine Grund ist, dass der Koran an erster Stelle die Araber anspricht. An allererster Stelle sind die Araber angesprochen. Und die Araber waren ein Nomadenvolk, das ständig auf Reise ist. Und ihr Reisemittel ist das Kamel. Und es ist ja meistens so, dass der Mensch sich erst dann dem Denken zuwendet, wenn er irgendwie alleine ist. Wenn er nicht gestört wird oder abgehalten wird durch andere Beschäftigungen. Erst dann wendet sich sein Kopf dem Denken und Nachsinnen zu. Und das allererste, was er sieht, das allererste, was er in diesem Fall dann sieht, wenn er beginnt nachzudenken, ist sein Tier vor sich, auf dem er sich bewegt. Und in der Leere, der Araber bewegt sich in der Wüste, sieht er dann den Himmel und die Erde und die Berge um sich. In diesem Vers ist auch möglicherweise eine Anspielung darauf. Ja, es ist nicht eine Anspielung, es ist eine selbstverständliche Sache, dass Beschäftigungen vom Denken abhalten. Und es ist tatsächlich so, in unserer heutigen Zeit mit den Handys, der Mensch aufgrund des Dauerkonsums hat gar keine Zeit zum Denken. Also ich finde, ich hatte schon mal darüber geschrieben, glaube ich. Ich finde, dass, also ich merke es auch selber ja, wenn du ständig, du bekommst ständig diese Stimulation vom Handy und ständige Reize, neue Reize. Und das machen ja insbesondere diese sozialen Netzwerke. Du gehst von einer Nachricht zur nächsten und zur nächsten und du nimmst immer wieder neue Sachen in dir ein, hast aber gar nicht die Zeit, nachzudenken. Also irgendwie blockiert das das Nachdenken. Jedenfalls die zweite Möglichkeit, warum oder der zweite Grund, warum hier gerade diese Dinge genannt worden sind, warum die Berge, warum ein Kamel, warum der Himmel, unabhängig davon, dass das sehr imposante Geschöpfe sind oder Kreationen und die die Menschen schon seit eh und je beeindrucken. Aber es gibt noch so viele andere Dinge, die man hätte erwähnen können. Nur sagt, Samar Sharia sagte, diese Dinge wurden hier deswegen genannt, weil die genannten Dinge, die hier genannten Dinge, die Triebe des Menschen nicht reizen. Es gibt nämlich Dinge, die möglicherweise in der Schönheit, in der Schönheit das genannte hier übertreffen. Beispielsweise Kleidung oder Menschen. Nur in diesem Fall kann es passieren, dass aufgrund der Gelüste und der Triebe das Nachsinnen in den Hintergrund rückt oder gar nicht stattfindet. Samar? Das ist eine Möglichkeit, die er ebenfalls erwähnte. Zumliches Gelegt wo ich abgehnt mit den Straßenranden im Hintergrund rückt! Euer Besuch. Vielen Dank.